Und wie sollen wir ihn nennen? Ich würde ihn Jim nennen. Lummerland ist vielleicht klein, aber es hat die selben Probleme wie überall sonst. Wir müssen Emma abschaffen. Niemals! Wir fahren weg. Und ich komme mit! Das könnte gefährlich werden. Das macht nichts. Ich pass schon auf dich auf. Halt dich zu fest! Das muss Mandala sein. Wir sind zwei ausländische Lokomotivführer und würden gerne den Kaiser sprechen. Folgt mir! Was meinst du, Jim? Sollen wir ihm folgen? Wo er uns so nett gefragt hat, klar. Prinzessin Lisi. Ich wurde von der Veden 13 entführt. Und jemand muss doch die Prinzessin retten. Jim, halt dich fest! Lauf, Lukas! Ich will euch nichts tun! Ich heiße Turtur. Ich bin ein Scheinriese. Was bringst du uns da? 100-jährige Eier auf Salat aus Eischhörnchen-Ohren. Richtiger Drache muss ganz schrecklich und fürchterlich sein. Ungefähr so. Aufhören! Du machst einem ja Angst. Echt? Bärbischo! Ich bin Jim Knopf. Und ich bin hier, Prinzessin Lisi zu retten. Und ich bin hier, Prinzessin Lisi. Jeder muss 1933 koste. Ich bin es selbst alt. Ich bin es sehr wenigstens, aber ich bin anh Will corruption. Vielen Dank.